Hallo Leute, willkommen bei diesem Kass-Video. Ich baue einen Mann für Jenny, also einen Vater für eins ihrer Kinder, weil sie bindet sich ja nicht an Männer. Ja, und wie es der Zufall so will, wurde mir dieser Typ hier vom Spiel vorgeschlagen und mit dem habe ich ganz am Anfang, als ich Sims 4 gespielt habe, mal ein Rex-to-Riches-Challenge gespielt und dann wurde er zum Stammvater einer ganzen Dynastie. Und das finde ich eigentlich ganz lustig. Ich habe das auch weit über seinen Tod hinaus gespielt und war dann richtig traurig, als er gestorben ist. Da ist er wieder, jung und knackig. Ja, und ich werde ihn aber jetzt schon ganz erheblich abändern. Ich will nämlich einen Hippie bauen, mit bunten Haaren und sowas. Am Schluss wird er wohl ganz anders aussehen. Jetzt gucken wir mal, was wir ihm für ein Bestreben geben. Hm, genau. Hm, lassen wir dich zum Serienromantiker werden? Würde ja passen, gell? Und dann machen wir dich natürlich romantisch, selbstsicher, ja, ja. Und vielleicht fröhlich. Der Stammvater, den ich hatte, das war ein ganz anderer Typ. Aber er sah genauso aus. So, jetzt würde ich sagen, wir setzen dir erstmal die Brille ab. So, ob wir den Bart behalten, schauen wir mal. Und auf jeden Fall pinke Haare. Oder vielleicht irgendwie blaue. Tja, ja, jetzt sind alle hier so türkisblau immer, wegen der Not-so-Berry-Challenge. Auf jeden Fall eine andere Frisur. Ganz klar. Okay, das sieht schrill aus. Grüne Haare habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Hm. Und natürlich auch nicht. Boah, da kriegt man ja Augenkrebs. Ich probiere es erstmal mit dieser Haarfarbe. Und ich glaube, da unten sind klar auch so mehrfarbige Sachen. Hm. Jo, braucht man eigentlich nicht, wenn man... Das ist auch nicht nötig. Das sieht pervers aus. Jo. Und der Iro. Ja, wenn man so eine blaue Farbe hat, sind auch die mehrfarbigen Haare einfarbig. Aber in Iro muss es jetzt nicht unbedingt sein. Schauen wir mal nach den netten, langen Haarfrisuren. Das ist so ein bisschen langweilig, aber das geht. Und dieses hier... Ja, sieht so aus wie so ein Künstlertyp. Auch nicht schlecht. Und das hier... Hm. Hm. Könnte schon zu einem Hippie passen, aber dann vielleicht besser das. Noch länger hätte ich sie gerne. Und das hier wäre jetzt natürlich so eine Vampirfrisur. Ich glaube, Hippies hatten nicht solche Frisuren. Das ist krass. Das ist super krass. Hat aber was. Oh. So wäre er so ein Naturtyp irgendwie mit verschiedenen Grünhaartönen. Und so... Hm. Tja. Ich glaube, mit dem Pink kann ich mich nicht ganz so anfreunden. Das Grün finde ich ganz abenteuerlich. Und dazu passt tatsächlich auch so ein Bart eigentlich. Ich gucke mal, ob ich da auch noch einen finde. Hm. Der ist fast besser. Oder... Dieser hier? Ja. Warum nicht? Mal gucken, was es sonst so gibt. Dieser hier ist auch... Nö. Nö. Dann lieber... Der war es auch nicht. Den hatte ich, glaube ich, zuletzt. Ja. So Marke Vollbart, aber nicht ganz so wuchtig wie dieser Großvaterbart. Ja. Jetzt gucken wir mal. Huch. Die Maus. Okay, jetzt. Oh. Ein Zylinder hat er da auf. Also ich will nur checken, ob er hier irgendwelche Brillen auf hat oder sonstige Sachen. Nö. Okay. Dann kümmern wir uns mal um seine Alltagsbekleidung. Ich finde, er sieht schon ganz anders aus. Vielleicht der Hautton einen Tick dunkler. So, ne. So ein bisschen käsig. So vielleicht. Ja. Okay. Ja. Was sagst du dazu? Dann gucken wir mal, ob wir irgendein ziemlich ausgeflipptes Hippie-Outfit finden. Das gibt's so nur in schwarz. Ja. Ja, so bei den Verkleidungen sind ja einige schrille Sachen und auch bei den Großstadt-Klamotten ist einiges dabei. Also ein bisschen steif, gell? Ja. So was könnte man vielleicht für die Feiertage nehmen. Und dieses Das wird schon eher passen. Hm. Genau. Hm. Würde ich auch sagen. Jetzt gucken wir mal die Farben durch. Also ein bisschen zu rot. Ja. Ich meine, so Natur-Hippie-mäßig finde ich das fast noch besser. Dann die Schuhe sind eigentlich in Ordnung. Die Socken müssten wir dann aber etwas anpassen. Zumindest farblich. Hm. Sind das die? Okay. Das passt jetzt nicht so gut. Das schon besser. In welchen Farben gibt es die? Ja. Nehmen wir die. Okay. Gut. Ja. Weil ich da noch mehrere andere interessante Outfits gesehen habe, kriegt der noch ein Zweit-Outfit. Und da probieren wir mal eins von diesen hier. Oh, das ist schon richtig schick. Natur-Hippie-mäßig. Also nicht so ganz Natur, aber so in der Richtung. Oder das? Ja, cool. Ich glaube, ich nehme das. Das ist schon ein echt ausgeflippter Typ. Genau so wollte ich ihn haben. Und den guten alten Mirko erkennt man praktisch nicht wieder. Was in Ordnung ist. So. Und jetzt gucken wir mal. Oh, ist das cool. Gibt es den Hut auch noch in einer anderen Farbe? Hm. In Rot. Na, wenn dann so. Oder in. Na, das Grün passt nicht zur Haarfarbe. Oder dieses. Das sieht natürlich richtig ausgeflippt aus. Ja, ich denke mal so. So lasse ich sein erstes Abend-Outfit. Und dann mache ich ihm noch ein zweites, weil es gerade so einen Spaß macht. Da war noch dieses City-Living-Dingens. Okay, das ist wohl nicht bei der Abend-Kleidung, obwohl es so schön steif wirkt. So, dieses da. Genau. Gucken wir mal, wie das in Grün kommt. Das beißt sich mit der Haarfarbe. Nehmen wir das. Wie krass. Ich finde es ja fast schöner, wenn die Haare statt diesem hellen Grün irgendwie sowas, so ein bläuliches Grün hätten. So ein bisschen mehr so Fichtengrün oder sowas. Aber so ist schon in Ordnung. Gut, also kommen wir zu der Sportbekleidung. Das ist schon mal ganz gut. Gucken wir, ob es das in einer anderen Farbe gibt. Welches hat er dieses? Ja. Nehmen wir das. Ja. Ich glaube, ein Sport-Outfit reicht. Na, das ist doch klasse. Das lasse ich glatt. Das passt zu dem. So, und die Schuhe. Ja, die passen etwas besser. Oder in schwarz. Nehmen wir die schwarzen. So. Ich frage mich, ob die Kinder auch die bunten Haare von den Vätern erben. Bei roten Haaren und so passiert das ja. Aber ob auch solche, ähm, solche krass bunten Haare vererbt werden. Wie sieht denn das? Ohlala. Das ist ja cool. Das kenne ich noch gar nicht. Gut, ich finde, das ist für einen Hippie sehr schön feierlich. Also, ihr seht bestimmt, das ist kein, ähm, so richtig klassischer Hippie. Das ist halt, ähm, ja, was bist du für ein Typ? Du machst dir deine Mode selber, gell? Und ansonsten ist er Hippie inspiriert, sagen wir mal so. So. Ja, das passt fast zur Haarfarbe. Okay. Gut, lieber Mirko. Jetzt gucken wir mal wieder dein Hauptoutfit. So. Nummer 1. Ja, das sieht gemütlich aus. Und wir überprüfen noch einmal, ob wir dir wirklich diese Haare geben. Wie wär's denn? Na ja, das ist so wie der, wie die verschiedenen Omas. Oh, das ist auch cool. Das gefällt mir noch besser. Das ist sehr cool. Jetzt gucke ich mal, ob das zu seinen ganzen Outfits passt. Ja. Ja, würde ich schon sagen. Okay. Gut. Wie findest du dich, Mirko? Gefällst du dir so? Sind deine Eigenschaften genehm? Ich meine, wer will nicht? Romantisch. Selbstsicher und fröhlich sein. Wir könnten dich natürlich zum Künstler machen. Ich glaube, ja. Wir machen dich zum Künstler. Du kannst ja trotzdem romantisch bleiben. Weil dann hast du auch noch, außer der Liebe, noch was anderes zu tun. Und so, wo haben wir denn die Kreativität? Und dann bist du ein herausragender Maler. Ja. Und dann lassen wir dich vielleicht statt selbstsicher lieber kreativ sein. Ah, jawohl, ja. Ja. Ist das genehm? Da müssen wir dir eine Staffelei besorgen, da wo du hinziehst. Ja, also dieser Mirko, der ist der Achte eines Haushalts mit lauter potenziellen Vätern für Jenny, für die 100 Baby Challenge. Und er soll aber der Namensgeber des Haushalts sein, nämlich Zeus, wie Zeugen. Das sind nämlich nicht nur Väter, sondern da sind auch zwei zeugungsfähige Frauen dabei. Und darum kann ich nicht so was wie Männer-WG oder so machen, weil es ja nicht nur Männer sind. Und darum heißt die Familie Zeus. Ja, und ich werde jetzt gleich im Anschluss ein Video drehen, wo dann er zusammen mit sieben anderen Männern, die ich von euch gekriegt habe, von euch Zuschauern und über die ich mich sehr freue, werden die zusammenziehen in ein ganz tolles Haus von Devon Bumpkin. Und das Video werde ich gleich als nächstes drehen. Und dieses Kass-Video ist hiermit fertig. Genau. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!